Wenn Sie sich für Politik interessieren, liebe Zuschauer, sind Sie auch an diesem Donnerstag, an diesem vorletzten Sitzungstag bei Phoenix an der richtigen Adresse. Jetzt also gleich, während hier, glaube ich, schon die letzten Karten dann eingeworfen sind, geht es gleich los mit Olaf Scholz. Ich habe gerade in der eben heftigen Debatte gemerkt, das werden wir auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre immer wieder merken. Die Welt hat die große Aufgabe, den Klimawandel zu bewältigen, den die Menschen verursacht haben. Und sie kann das nur gemeinsam machen, wie mühselig das ist, wie viele Widerstände es gibt, wie schwer das ist. Das hat die Klimakonferenz in Madrid gezeigt. Aber sie zeigt auch, wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen das als gemeinsames Anliegen voranbringen. Und sie hat noch etwas gezeigt. Wenn die Länder, die über große wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen, nicht vorangehen, wenn sie nicht selber zeigen, dass sie einen Weg haben, wie man es schaffen kann, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und gleichzeitig für ausreichend Wohlstand in unseren Gesellschaften zu sorgen, dann wird das nicht gelingen. Und darum ist es so zentral, dass Deutschland nicht nur Beobachter ist und diese Konferenzen kommentiert. Deshalb ist es zentral, dass Deutschland handelt und dass wir das Richtige tun, um in Deutschland voranzukommen. Das ist eben diskutiert worden, was wir dieses Jahr schon alles auf den Weg gebracht haben. Ein Klimaschutzgesetz. Es ist beschlossen. Wir haben beschlossen, dass wir die Flugpreise erhöhen werden für kürzere Distanzen. Wir haben beschlossen, dass es einen Brennstoffhandel geben wird, der es möglich macht, dass die Nutzung und der Ausstoß von CO2 teurer wird bei Treib- und Brennstoffen. Das ist eine ganz, ganz große Veränderung. Und viele, viele andere Dinge sind besprochen und werden noch kommen. Ich erinnere daran, dass wir ein Strukturstärkungsgesetz vor uns haben, dass wir den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland vor uns haben in 20 Jahren und dass wir dafür Sorge tragen werden, dass die erneuerbaren Energien einen Anteil an der Stromproduktion in Deutschland haben, der dazu beiträgt, dass wir das Klima schützen können. Alle diese Dinge sind notwendig. Und ich will auch sagen, warum es wichtig ist, dass wir vorangehen. Wenn wir nämlich zeigen, dass Mobilität weiter möglich ist, schienengebunden mit öffentlichem Nahverkehr, aber auch individuelle Mobilität mit Fahrzeugen, die man selber besitzen und nutzen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das auch im globalen Maßstab funktionieren kann. Wenn die deutsche und europäische Automobilindustrie die Fahrzeuge entwickelt, mit der es möglich ist, mobil zu bleiben und das Klima zu schützen und gute Arbeitsplätze zu haben, dann wird das auch in der ganzen Welt etwas sein, das genauso geschieht. Und genau darum geht es, wenn wir über diese Fragen diskutieren. Und wenn Deutschland zeigt, dass man die riesigen Strommengen zum Beispiel, die man benötigt, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, dass Industrie weiter funktionieren kann, dass wir wettbewerbsfähig produzieren können und das machen kann mit erneuerbaren Energien, mit Onshore- und Offshore-Wind, mit Solarenergie zum Beispiel, dann zeigt das auch, dass das auch anderswo auf der Welt funktioniert. Und auch das ist ein praktischer Beitrag, den wir selber zu leisten haben. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht nur auf uns ankommt. Wir müssen sicherstellen, dass zum Beispiel Europa als Europäische Union den eigenen Beitrag leistet, der möglich ist. Das ist, wenn man das als einheitliche Volkswirtschaft betrachtet, und dafür spricht sehr, sehr viel, unverändert die größte volkswirtschaftliche Leistungskraft, die man sich dort vorstellen kann. Und ich sage ausdrücklich, wir müssen das in Europa hinbekommen. Und es ist richtig, dass die Ministerin deshalb heute über den Green New Deal in Brüssel verhandelt, denn das ist ein Beitrag dazu, dass die gesamte Europäische Union ihren Beitrag zum Weltklima und zum Schutz desselben leistet. Wie schwierig das ist, kann man sich vorstellen, wenn so viele sich einigen müssen, nur in der Europäischen Union. Und es gibt ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Vorstellungen, wie schnell das vorangehen soll und was bei sich. Aber aus meiner Sicht dürfen wir uns vor diesen Auseinandersetzungen und den Diskussionen, die damit verbunden sind, nicht drücken. Wir müssen vorantreiben, dass Europa mit dem nötigen Tempo die Dinge voranbringt. Denn dann haben wir allen Anspruch, mitzudiskutieren, dass wir erwarten, dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir erwarten, dass auch zum Beispiel große Länder wie Brasilien, dass auch große Länder zum Beispiel wie Indien und China gleichermaßen einen Beitrag dazu leisten, dass das Weltklima geschützt wird. Denn nur wenn wir selber das Richtige tun, können wir es auch von anderen erwarten. Das ist in jeder Diskussion so. Und das ist auch auf der Welt im Miteinander notwendigerweise so. Und wir werden darauf bestehen müssen, dass es nicht nur darum geht, abstrakte Zahlen zu diskutieren. Es geht schon darum, dass sich real etwas ändert. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jeder weiß, welche Auswirkungen der menschengemachte Klimawandel schon heute hat. Jeder weiß, dass wir die Erderwärmung gar nicht mehr aufhalten können in dem Ausmaße, wie wir uns das selber vorstellen. Aber jeder weiß, dass, wenn wir nicht schnell genug sind, es weitergehen wird, als gut sein kann. Und deshalb müssen wir heute schnell handeln und dürfen diese Menschheitsaufgabe nicht späteren Generationen überlassen. Wir müssen das selber tun. Das ist meine feste Überzeugung. Es ist deshalb richtig, dass zum Beispiel zur Politik dieser Regierung auch dazugehört, nicht nur in internationalen Konferenzen auf solchen Vereinbarungen zu bestehen und diejenigen zu kritisieren, die das zurückdrehen wollen, die wieder zurückgehen wollen und glauben, das sei alles nicht notwendig. Sondern es ist unser Beitrag auch wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die Länder, die wirtschaftlich noch ihre großen Entwicklungssprünge vor sich haben, ebenfalls am Klimawandel partizipieren können. Denn das wäre ja doch eine sehr arrogante Position, wenn wir hierzulande, hier in Europa oder auch in Nordamerika sagen würden, das ganze Klima kann nur geschützt werden, wenn gewissermaßen einige auf die Entwicklung wirtschaftlichen Wohlstands verzichten, die wir schon längst realisiert haben. Das wird nicht funktionieren. Sondern es muss ja ein Weg gefunden werden, wie wir es schaffen können, dass andernorts in der Welt ein gleicher und ähnlicher Wohlstand herrscht, wie wir ihn haben. Das ist ja letztendlich, was wir uns wünschen müssen. Dass das aber funktioniert, ohne dass die Auswirkungen auf das Klima so sind, dass niemand mehr damit gut leben kann. Und das ist in diesem Falle wörtlich gemeint. Darum geht es, dass wir eine solche Entwicklung in diesen Ländern mit auf den Weg bringen. Und darum ist es richtig, dass wir unsere Beiträge für internationale Entwicklungspolitik auch unter Gesichtspunkten des Klimaschutzes mit so massiv ausgeweitet haben. Wir müssen diesen Ländern dabei helfen, den Umstieg hinzukriegen und ihren eigenen Wohlstand entwickeln zu können. Ich bin übrigens überzeugt, dass man zuversichtlich sein kann. Wir brauchen Zuversicht. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Wenn alle glauben, es wird sowieso nicht klappen, dann wird man keine Bündnispartner haben. Weder hier im Lande, noch in Europa, noch auf der Welt. Wenn wir zu denjenigen gehören, die letztendlich apokalyptische Szenarien zeichnen, die davon ausgehen, dass es in keiner Variante und in keinem Falle gelingen wird, den Schutz des Klimas weltweit zu organisieren, dann werden wir auch hierzulande keine Bündnispartner haben und an anderen Stellen. Denn dann sagt jeder, warum sollen wir das tun, wenn die anderen das nicht tun. Ich glaube, deshalb gehört die Zuversicht dazu. Die Zuversicht, dass eine Menschheitsaufgabe von der Menschheit auch gelöst werden kann. So groß ist das, was diskutiert worden ist in Madrid. So klein sind leider die Ergebnisse. Das muss gesagt werden. Aber wir sollten darauf bestehen, dass die große Aufgabe angepackt werden kann und ein großes humanistisches Versprechen damit verbinden, nämlich, dass die Menschheit es schaffen wird. Schönen Dank. Olaf Scholz war das hier als erster Redner in der Aktuellen Stunde zu den Ergebnissen der Klimakonferenz in Madrid. Der namentlichen Abstimmung, die wir eben durchgeführt haben, bekannt. Das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte der Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zu dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht, Drucksachen 19 14.338, 19 15.125, 19 15.157, 19 15.229, 19 15.637 und 19 16.060 hat folgendes Ergebnis erbracht. Abgegebene Stimmkarten 648, mit Ja haben gestimmt 426, mit Nein haben gestimmt 221. Enthaltungen eine. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächster Redner hat der Kollege Dr. Rainer Kraft, AfD-Fraktion, das Wort. Er sitzt im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Herr Präsident, geschätzte Kollegen, geehrte Gäste, Herr Jung, noch mal ganz kurz auf Ihre Gespräche zum Vermittlungsausschuss. Sie wollen die Leute nicht mitnehmen, Herr Jung, Sie wollen sie ausnehmen mit dir. Und das fällt ein bisschen zu. Die COP25 in Madrid ist vorbei. Die Klimakarawane zieht weiter. Aber welches wichtige Ereignis hat denn tatsächlich in der letzten Woche stattgefunden? Richtig, das waren die Unterhauswahlen in Großbritannien. Boris Johnson hat einen Erdrutsch-Sieg erzielt und die Briten haben sich damit ganz klar gegen die EU entschieden. Johnson hatte Wahlhilfe von unerwarteter Seite. Während der UN-Klimakonferenz nämlich stellte EU-Kommissionspräsidentin von allein ihren sogenannten Green Deal vor und gab den Briten das entscheidende Signal, rette sich, wer kann. Ja, first exit Brexit. Hurra. Dieser Green Deal wird keine Mondlandung werden, sondern es wird der Moment des harten Aufschlages der EU auf dem Boden der Realität. Doch zurück nach Deutschland. Hier soll der Kohle als Form der Energieerzeugung der Rücken gekehrt werden. Aber nach der Mehrfachwolte von Ausstieg und Wiedereinstieg und Wiedereinstieg zum Wiederausstieg aus der Kernenergie, da war es nicht Wind und Sonne, es war einzig und allein die Kohle, die dafür gesorgt hat in Deutschland, dass die Lichter nicht ausgehen. Nun sollen aber, Zahlen kommen wir gleich, nach der Empfehlung der sogenannten Kohlekommission bis Ende 2022 12,5 Gigawatt Kohlestrumpf vom Netz gehen. Zusätzlich zu den 9,5 Gigawatt an nukleare Leistungen, die bis Ende 2022 ebenfalls vom Netz gehen werden. Das sind somit 22 Gigawatt, mehr als ein Viertel der Spitzenlast für Deutschland. Für dieses Unterfangen bleiben nur noch drei Jahre Zeit. Grund genug, einmal zu schauen, wie diese Leistung ersetzt werden kann. Die Regierung wird ja nicht müßig, uns zu erklären, dass dies mittels sogenannter erneuerbare Energien, also Sonne und Wind, gelingen wird. Formal haben wir zwar 60 Gigawatt an Wind und circa 50 Gigawatt an Solarleistung installiert. Das klingt ja erst einmal ausreichend. Aber diese Leistungen stehen ja nicht konstant zur Verfügung, weil der Wind nicht immer weht und die Sonne natürlich nicht immer scheint. Im Mittel steht Wind circa 20 Prozent der Zeit zur Verfügung, bei Sonne sind es magere 10 Prozent. Aus den 60 Gigawatt werden dann 12 und aus den 50 werden 5 Gigawatt zusammen 17 Gigawatt. Das heißt, im Mittel stehen uns zur Kompensation von 22 Gigawatt nur ungenügende 17 Gigawatt, sogenannte erneuerbare, zur Verfügung. Das reicht hinten und vorne nicht und daran wird sich auch nichts ändern. Denn trotz EEG und anderer Zwangsmaßnahmen hat der Aufbau dieser mageren 17 Gigawatt fast 20 Jahre gedauert und über 300 Milliarden Euro verschwendet. Das wird in den kommenden drei Jahren auch nicht besser werden, weil ja immer mehr Windmühlen aus der Umlage fallen und dann permanent stillgelegt werden. Und ich hatte es Ihnen an dieser Stelle in der letzten vergangenen Woche gesagt, das ist keine vernünftige Energiepolitik, das ist sozialistische Mangelbewirtschaftung. Und wir haben jetzt auch nur die mittlere Verfügbarkeit betrachtet. Das Problem der aktuellen Verfügbarkeit von Strom ist hier noch gar nicht beleuchtet worden. Und das sieht noch viel, viel düsterer aus. Und das bringt uns zu einem wichtigen Punkt, liebe Unionsfraktionen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz haben wir Ihnen zu verdanken. Ja, ja, beschlossen wurde es zwar unter Rot-Grün, aber Sie hatten 14 Jahre Zeit gehabt, diesen politischen Unsinn zu beenden. Und passiert ist das nicht, weil auch Sie sich ein kleines grünes Mäntelchen umhängen wollen. Aber, liebe Union, Handlungen haben Konsequenzen. Es ist nicht möglich, die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen, grundlegend umzukrempeln, ohne dass dies Folgen für die Bürger hat. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn Sie das seit Jahren wie ein Mantra vor sich herbeten. Wenn Sie die Energiewirtschaft von einer funktionierenden Stromerzeugung, die sich daran orientiert, so viel Strom, wie benötigt wird, zu erzeugen, dahingehend transformieren zu einer unzuverlässigen Stromerzeugung, bei der man halt irgendwie mit dem klarkommen muss, was gerade zur Verfügung steht, dann hat das selbstverständlich massive Auswirkungen auf den Geldbeutel und die Art und Weise, der Bürger zu leben, eine Auswirkung. Sie wissen das. Sie wissen das, aber Sie streuen den Bürger Sand in die Augen, weil Sie natürlich genau wissen, dass er Ihre Politik abstrafen wird, wenn er hinter Ihre potiemkischen Energiedörfer blickt. Und erreicht haben Sie eigentlich auch nichts. Klimaziele 2020 nicht erreicht. Eine Million E-Autos auf unseren Straßen nicht erreicht. Stromeinsparziele 2020 nicht erreicht. Einsparziele beim Primärenergieverbrauch nicht erreicht. Senkung des Endenergieverbrauchs im Verkehr nicht erreicht, nicht erreicht, nicht erreicht. Ungenügend sechs Sätzen. Und dass Sie, Herr Kollege, ich bin schon im letzten Schluss, dass Sie heute selbst noch eine solche Aktuelle Stunde zu Ihrem Versagen fordern, ist ein bisschen dreist und ein bisschen frech. An einem Punkt haben Sie allerdings leider recht. Deutschland bleibt auf Kurs, aber leider führt uns Ihr Kurs direkt in den Abgrund, auf Kosten unserer Wirtschaft, auf Kosten der Steuerzahler und auf Kosten Hunderttausender deutscher Arbeitsplätze. Sehr deutliche Kritik von Rainer Kraft von der AfD-Fraktion an der Klimapolitik der Bundesregierung. Dies sei sozialistische Mangelbewirtschaftung. Nächster Redner ist Georg Nüßlein von der CDU-CSU. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, wegen des Weihnachtsfriedens, der so langsam losgehen sollte, sage ich jetzt mal nichts zur AfD. Das bringt nichts, das ändert nichts. Das führt nur zu Geschrei auf der Seite, aber auch die Tatsache, dass man sich sinnvollerweise übergeht, führt zu diesem Geschrei. Ich will anders starten, nämlich mit einem Lob für die Grünen. Oh, jetzt überlegen Sie sich nicht auf der Seite. Geht es da auch um Weihnachtsfrieden oder ist es vergiftet irgendwie? Nein, meine Damen und Herren, ich will mal ausdrücklich loben, dass Sie mit einer hohen Kompromissbereitschaft zu diesem Vermittlungsergebnis beigetragen haben. Das war richtig und wichtig. Ganz explizit. Ich sage aber auch, dass es Ihnen wahrscheinlich ein bisschen leichter gefallen wäre, wenn man nicht zuerst zu sehr gegen die Pendlerpauschale polemisiert hätte, auf Grundlage vielleicht von falschen Vorstellungen, um was es da gehen könnte. Herr Habeck hat das ja auch deutlich dokumentiert. Dann tut man sich nachher ein bisschen leichter, über den eigenen Schatten zu springen. Ich freue mich aber trotzdem, dass Sie das getan haben. Ganz explizit. Sie sind gestartet mit dem Anspruch, wir kippen das Thema Pendlerpauschale, sind dann mit einer deutlich höheren Pendlerpauschale rausgekommen und, Toni Hofreiter, ich erkenne ausdrücklich an der Stelle, dass verstanden wurde, dass es hier um Stadt und Land und um sozialen Ausgleich geht. So habe ich jedenfalls Hofreiters Rede vorhin verstanden. Das ist gut, eine gute Einsicht. Und das müssen wir auch so weitertragen. Denn der Konflikt geht natürlich an der Stelle weiter. Den müssen wir auflösen, meine Damen und Herren. Ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Sie haben natürlich auch verstanden, dass man nicht auf der einen Seite die Klimaauflagen laufen lassen kann und auf der anderen Seite im Vermittlungsausschuss die Entlastungen stoppen kann. Das ist auch ganz entscheidend. Denn die Dinge gehören zusammen, für uns ganz besonders. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir auf der Grundlage jetzt nicht die Maßnahmen kleinreden, sondern dass wir gemeinsam das weitertragen. Aus dem Vermittlungsausschuss raus, durch den Deutschen Bundestag, aber auch da, wo Ihre Stimme, liebe Freunde von den Grünen, vielleicht ein bisschen stärker zählt, beispielsweise bei den Demonstrationen, wo Sie mal deutlich machen, dass Sie hier mitbeteiligt sind, dass Sie es mitgemacht haben und dass Sie es für richtig und wichtig halten. Ganz entscheidend. Denn am Schluss kommt es darauf an, mit dem Klimaschutz nicht das zu tun, was die AfD gern hätte, nämlich die Gesellschaft zu spalten. Es geht darum, zu vereinen an der Stelle. Es geht darum, nicht zu spalten zwischen denen, die sich problemlos einen Hybriden oder einen Tesla leisten können und denen, die gerade mal einen gebrauchten Diesel kaufen können. Es geht darum, nicht zu spalten zwischen Stadt und Land. Und es geht auch nicht darum, nicht zu spalten innerhalb Europas. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Denn letztendlich ist Klimapolitik Politik, die man europäisch besser und sinnvoller noch international treiben muss. Und deshalb ist für uns das Ergebnis der Klimakonferenz so belastend und so enttäuschend. Der European Green Deal, der vorhin angesprochen wurde, hat durchaus einen wichtigen Ansatz, nämlich zu sagen, wir verhören zwar die Ziele, aber das Ziel muss doch insgesamt sein, das Thema so zu synchronisieren, dass nicht am Schluss wieder Deutschland einseitig zusätzliche Lasten übernimmt. Denn aus meiner Sicht kann Frau von der Leyen gern an der Stelle mehr Ambition einfordern. Aber, meine Damen und Herren, doch bitte von denen, die bisher noch zurückbleiben und nicht wieder in der üblichen Art und Weise, dass man sagt, Deutschland muss dann wieder über die vereinbarten und den Aussicht gestellten 55 Prozent hinausgehen. Das wäre falsch, denn das, was wir hier tun, ist in der Tat ambitioniert, die Energiepolitik komplett umzustellen, aus Kernenergie auszusteigen, die Kohle schrittweise zu reduzieren, Erneuerbare an die Stelle zu setzen, zu wissen, dass das auch nur dann geht, wenn man Übergangstechnologien wie Gas einsetzt. Das sind alles Dinge, die sind eine große Herausforderung. Und es geht uns natürlich auch, meine Damen und Herren, um die Industrie in diesem Land. Industrie und Gewerbe werden doch mehr als Bürgerinnen und Bürger mit dem zu kämpfen haben, was wir hier an der Stelle von allen miteinander abverlangen. Und deshalb brauchen wir auch einen sinnvollen Ausgleich, eine gute Idee, wie wir beispielsweise Grundstoffindustrien in diesem Land halten, weil es dem Klima nun gar nichts hilft, wenn man die irgendwo ins Ausland treibt. Wir brauchen Ideen, wie ein europäischer Strompreis für Industrie auszielen kann. Das ist ein industriepolitischer Anspruch im Verhältnis zu China. Wir müssen uns also über eine ganze Menge Dinge unterhalten, auch wie man die Recyclingbranche stärker in das Thema einbaut, weil da ist ja Potenzial, das heben wir noch gar nicht. Lassen Sie mich abschließend sagen, dann ärgert mich schon, wenn die eine oder andere Stadt den Klimanotstand ausruft und einen Eindruck erweckt wird, dass es hier um Klamauk geht und viele Leute eher den Eindruck haben, dass ein intellektueller Notstand in diesen Stadträten herrscht. Ich glaube, wir sollten das Thema mit Ernsthaftigkeit bearbeiten und da gehört kommunaler Klimanotstand jedenfalls nicht dazu, meine Damen und Herren. Mit seiner letzten Bemerkung meinte Georg Nüßlein vermutlich München, denn diese Stadt hat in diesen Tagen tatsächlich den Klimanotstand ausgerufen. Nächster Redner ist Lukas Köhler von der FDP, Klimaexperte seiner Fraktion. Mein sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Nüßlein, Sie haben gerade gesagt, worum es erst einmal geht. Und ich glaube, es sollte vor allen Dingen zuerst darum gehen, gute Gesetze zu machen. Es sollte vor allen Dingen zunächst einmal darum gehen, Verfassungsmäßigkeit herzustellen und es sollte darum gehen, auch Zielerreichung sinnvoll herzustellen. Denn beides steht hier infrage, beides muss geklärt werden. Und deswegen kann ich Ihrer Freude auch über die Verhandlungsposition der Grünen, die ja nicht Teil des Vermittlungsausschusses waren, sondern an anderer Stelle mit anderen Leuten anders verhandelt wurde, nicht verstehen. Aber darum geht es heute nicht. Es geht jetzt erst einmal um Madrid. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben wir da in den letzten Tagen gehört? Eine Katastrophe, totales Versagen, die Schande von Madrid. Diese Panikrhetorik, die wir jetzt immer wieder hören, ist ein absolutes Trauerspiel. Es ist ein Abgesang an jede aufgeklärte, jede vernünftige, jede gut funktionierende Demokratie. Und meine Damen und Herren, das sind wir hier. Wir sind eine funktionierende Demokratie. Ja, die Conference of Parties in Madrid hat noch nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Und ja, wir hätten uns in einer idealen Welt gewünscht, dass auch ein ideales Ergebnis rausgekommen wäre. Aber natürlich schaffen wir in der Realität jedes Jahr aufs Neue etwas Beeindruckendes. Wir schaffen das nahezu, 200 Staaten miteinander an einem Tisch sitzen, miteinander darüber funktionierend verhandeln, wie das Klima gerettet werden kann. Und meine Damen und Herren, ich möchte ein Zitat bringen. Es ist besser, keinen Deal zu haben, als einen schlechten Deal. Auch wenn das nicht, und es klingt nach einem sehr wahren Spruch von Christian Lindner, auch wenn das nicht allen gefällt, das ist ein Spruch von Franz Zimmermanns. Und ich stimme der Sozialdemokratie ganz, ganz selten zu. In diesem Fall muss ich es aber. Es ist richtig, das Verhandlungsergebnis so weit nach hinten zu schieben, aufs nächste Jahr zu schieben, dass wir noch wirklich funktionierende Regeln aufstellen können, dafür, wie wir internationalen Klimaschutz machen, wie wir internationale Zusammenarbeit wirklich ausführen können. Und dafür lohnt es sich, ein Jahr länger zu warten, dann aber ein Regelwerk zu haben, das auch wirklich funktioniert. Lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen. Und obwohl es, liebe Grüne, Ihnen nicht gefallen dürfte mit Ihrem Zielfanatismus, auf der COP25 ging es nicht um Ambitionssteigerung. Das war nicht das Ziel der Verhandlungen dieses Jahr. Es ging darum, ein Regelwerk für funktionierenden Klimaschutz zu machen. Es ging darum, dafür zu sorgen, dass wir eine Tonne CO2 auch als eine Tonne CO2 anrechnen. Und es ging vor allen Dingen darum, zu sagen, dass das, was wir zwischen den Staaten in der Kooperation ausarbeiten können, dass wir das auch sinnvoll umsetzen und damit so schnell wie möglich beginnen können. Und ja, es ging auch um die Frage, ob im Klimaschutz andere ökologische Positionen, und andere ökologische Dinge eine Rolle spielen und auch, welche Rolle die Menschenrechte spielen müssen. Und ja, es ging auch darum, zu sagen, dass wir die Frage von Schäden und Verlusten, wenn sie durch den Klimawandel entstehen, dass wir die auch weltweit, auch international, in Kooperation und Zusammenarbeit klären. Meine Damen und Herren, der Verhandlungstext, so wie er jetzt da steht, ist nicht schlecht. Es sind viele, viele der richtigen und wichtigen Punkte drin, die wir brauchen werden, um internationale Kooperation, um internationalen Klimaschutz zu machen. Aber, meine Damen und Herren, es ist natürlich noch nicht fertig. Und deswegen hoffen wir auf das kommende Jahr darauf, dass die Verhandlungen gut laufen werden und darauf, dass wir wirklich dazu kommen. Aber, meine Damen und Herren, ich wünsche mir von der Europäischen Kommission, von Europa, nicht nur, dass wir allgemein miteinander arbeiten. Ich wünsche mir nicht nur, dass, so wie es aussieht, der Green Deal in genau die richtige Richtung der Ausweitung des Emissionshandels läuft. Ich wünsche mir auch, dass wir jeden einzelnen Euro da ausgeben, wo er am sinnvollsten für Klimaschutz ausgeben werden muss und kann, nämlich da, wo es am besten funktioniert. Und so sehr Klimanotstand eine reine Symbolpolitik ist und so sehr ich das ablehne, rein symbolpolitisch mit Klimaschutz billig auf Stimmenfang zu gehen, so sehr muss doch jeder, der dieses Wort benutzt, dafür sorgen, dass die Artikel-6-Maßnahmen auch in der Zukunft in Europa genutzt werden. Und ja, ich bin dagegen, Klimanotstand zu benutzen. Aber wer es tut, der muss doch dafür sorgen, dass dann auch die großen Fragen geklärt werden. Der muss dann Ja sagen zu einer Ausweitung der Forschung in der Gentechnik. Der muss Ja sagen zum Geoengineering, liebe Grüne. Und der muss Ja sagen zur technischen Speicherung von CO2. Und wer das auf kommunaler Ebene fordert, in München, von dem erwarte ich auch Konsequenzen. Denn wir müssen aufhören, eine reine Symbolpolitik zu machen. Wer das einfordert, der muss auch in München fragen, wie viel direkte und indirekte Emissionen entstehen aus dem Oktoberfest, meine Damen und Herren. Und am Ende muss man dann auch die Konsequenz daraus ziehen. Und das erwarte ich von Ihnen, liebe Grünen. Vielen, vielen lieben Dank. Lukas Köhler war das, der Klimaexperte der FDP-Fraktion, der ein Ende der Panik-Rhetorik verlangt. Nächster Redner ist Lorenz Göster von Bündnis 90 Die Grünen. Ah, nein, Entschuldigung, von Der Linken. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Vereinte Bevölkerung wird niemals besiegt werden. Das ist das Lied der demokratischen und linken Kräfte in Chile. 1973 ist die demokratische Regierung von Salvador Allende gestürzt worden, von einem Bündnis von Neoliberalen und Faschisten. In Chile haben sie alle Bereiche der Marktwirtschaft dem Profit unterworfen. Das Wohnen, die Rente, das Wasser, die Gesundheit, die Infrastruktur. Seit Monaten gehen in Chile Millionen auf die Straße für Demokratie und für das Ende des Neoliberalismus. Ihr Lied ist weiterhin El Pueblo unido jamás será vencido. Und die Regierung in Chile geht mit Gewalt gegen diese Proteste vor der Bevölkerung. Es kommt zu Folter, es kommt zu Morden in Chile. Genau deshalb ist der Weltklimagipfel von Chile nach Spanien verlegt worden. Genau deshalb haben wir in Madrid den Weltklimagipfel gehabt. Und die Bundesregierung hat recht, wenn sie sagt in ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde, das Ergebnis des Weltklimagipfels ist ernüchternd. Aber wenn die Union und die SPD dazufügen, Deutschland bleibt auf Kurs, lohnt sich doch ein kritischer Blick. Wie sieht es aus um den Kohleausstieg? Vor einem Jahr hat die Kohlekommission das verabschiedet. Noch immer haben wir kein Gesetz zum Kohleausstieg. 2038 ist viel zu spät. Wir brauchen 2030. Aber nicht mal das bekommt diese Bundesregierung auf die Reihe. Und das ist das Problem. Und wie sieht es um die erneuerbaren Energien aus? Wir haben eine Situation, wo die Windkraft weiterhin ausgebremst wird von dieser Bundesregierung. Wo wir in den letzten drei Jahren 40.000 Arbeitsplätze in der Windkraft verloren haben. Und wenn die Bundesregierung diese Politik fortsetzt, stehen weitere Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien auf dem Spiel. Auch das ist das Problem. Oder schauen wir uns die Verkehrswende an. Was brauchen wir in dieser Situation? Wir brauchen überall im ländlichen Raum den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wir brauchen eine gute, bezahlbare und gut ausgebaute Bahn, die eine Bürgerinnenbahn ist. Stattdessen setzt dieser Bundesverkehrsminister weiterhin auf Beton und Asphalt. Auch das ist das Problem. Auch dieser Bundesverkehrsminister ist ein Problem. Und ich bleibe dabei und wir bleiben dabei, er hat zurückzutreten. Oder schauen wir den Bereich der Wärme an. Sie bekommen kein Programm auf die Reihe, die erneuerbare Wärme zusammenbringt mit Bezahlbarkeit, mit bezahlbarem Wohnen und bezahlbaren Heizkosten. Hier haben Sie keine Idee. Sie haben die einzige Idee, die positiv war von dieser Bundesregierung, der schwarzen Null geopfert. Und genau das bleibt auch das Problem. Es bleibt also dabei, das Klimapaket der Bundesregierung ist unwirksam und es spitzt die soziale Spaltung in diesem Land zu. Damit kommen Sie nicht dahin, dass Sie die Klimaziele 2020 einhalten. Und Sie kommen auch lange nicht dahin, dass Sie die Klimaziele 2030 einhalten. Und wenn Sie jetzt sagen, Deutschland bleibt auf Kurs, dann können wir nur sagen, auch der Kurs auf Bruchlandung ist noch immer ein klarer Kurs. Also, die Ergebnisse des Weltklimagipfels, sie sind nicht nur enttäuschend, sie sind verheerend. Es gibt keine Einigung auf schärfere Klimaziele. Es gibt keine Einigung zur einheitlichen Berechnung der CO2-Einsparung. Und es gibt keine Einigung über die Finanzierung der Klimaschäden für den globalen Süden. Letztlich bedeutet das Stillstand. Und ein Stillstand ist in der Situation der Klimakrise nichts Positives, sondern es ist ein Rückschritt. Deswegen sind wir bei den Menschen, die bei der COP, die beim Weltklimagipfel protestiert haben, die dort die Hauptsitzung blockiert haben, die dort von der Polizei eingekesselt worden sind. Im Kessel haben wir gemeinsam gesungen, El pueblo unido jamás será vencido. Auch als Gruß an die Bewegung in Chile, die zur gleichen Zeit einen Alternativgipfel auch in Chile abgehalten hat. Weil wir sagen, wenn wir Klimagerechtigkeit wollen, müssen wir mit den Prinzipien des Neoliberalismus brechen. Müssen wir mit den Prinzipien, die diese Bundesregierung ihrem Klimapaket vorangestellt hat, brechen. Dann brauchen wir eine andere Art des solidarischen Produzierens, eine andere Art des Konsumierens und des Wirtschaftens. Und die wird nicht von den Regierungen erreicht, die wird von den Menschen, die wird von der Klimabewegung auf der Straße gemeinsam erkämpft. Vielen Dank. Einer anderen Art des Konsumierens und des Wirtschaftens spricht Lorenz Köster-Beutin das Wort. Das war die Position der Linken. Nun folgt die Fraktion Die Grünen in Person von Lisa Badum. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ein Jahr lang um Klimaschutz gerungen und gestritten. Wir stehen ja am Ende des Jahres, nicht nur hier, sondern in der ganzen Republik. Und wenn wir mal ein Jahr zurückdenken, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich war Freitag eher so Symbol für das Wochenende. Mittlerweile ist Freitag Symbol für eine weltweite Jugendbewegung für das Klima geworden. Und das bleibt. Und was mir von der Klimakonferenz in Madrid in Erinnerung bleibt, das ist nicht in erster Linie das Scheitern, das traurige Ende der Verhandlungen, sondern es sind Menschen wie die Umweltaktivistinnen in Lateinamerika, die in manchen Staaten vom Tod bedroht sind und die weiterkämpfen. Das sind Indigene wie im Amazonas-Regenwald, die ihre Umwelt und ihr Leben verteidigen gegen einen rechten Brandstifter. Das ist ein Mensch wie James Beck, wenn er ist Priester an den Fiji-Inseln und auf den Fiji-Inseln und kämpft gegen den Meeresspiegelanstieg und für sein Volk. Aber ja, natürlich, es gibt auch negative Nachrichten von der COP. Es gab die großen Bremserstaaten wie Brasilien und die USA. Es gibt Staaten wie Australien, die neue Kohlekraftwerke planen. Es gibt Staaten, die neue Atomkraftwerke planen. Wir haben mittlerweile in Deutschland ja schon irrlichternde Gesellen, die die Renaissance der Atomkraft fordern. Ich kann Ihnen sagen, das werden wir nie mitmachen, das wird nie passieren. Dagegen werden wir kämpfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. So etwas ist frustrierend und es lähmt uns, lähmt uns auch als Weltgemeinschaft. Und es ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die hier im Bundestag sitzen, nicht für echten Klimaschutz, sondern weil sie Angst schüren wollen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber das Gute ist, die Botschaft am Ende dieses Jahres, die ist nicht Angst, die Botschaft, die ist Zuversicht. Weil selbst in den USA die Regionen wie Kalifornien nicht auf den Präsidenten warten. Die machen einfach selbst den Kohleausstieg, Steinkohleausstieg in Kalifornien zum Beispiel eben, planen dieses Jahr den Atomausstieg. Und auch China setzt seit vielen Jahren nicht mehr nur auf Kohle, sondern auf Wind und Sonne. Die haben dieses Jahr so viel Solarleistung neu installiert, wie wir in Deutschland insgesamt haben. Aber auch die europäische Ankündigung ist schon gefallen eines neuen Green Deals, eines grünen Vertrags. Die gibt Hoffnung. Und ich glaube, wir Grüne sind unverdächtig dessen, dass wir sagen, die EU-Kommission hat schon die Fahnenstange im Klimaschutz erreicht. Die Ambitionen sind schon richtig und die Maßnahmen sind schon voll ausgestaltet. Das ist noch nicht so. Aber wirklich von unserer Seite Respekt aus, was diese neue Kommissionspräsidentin und ihr Team schaffen, diese Stimmung zu verbreiten und diesen Mut zur Neuorientierung zu verbreiten. Denn es gibt eine reale Chance für uns, der erste klimaneutrale Kontinent der Erde zu werden. Und der Energiekommissar, Herr Timmermans, Sozialdemokrat, hat mir gesagt, es ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber ich habe den Eindruck, ich muss es hier noch mal aussprechen, dass Deutschland diesen Green Deal eine sehr wichtige Rolle spielen kann und muss. Gerade mit unserer Industrie, Chemie, Stahl, Automobilindustrie. Nur aktuell tun wir es noch nicht. Hören Sie endlich auf, mit der Abrissbühne durch die Windenergiebranche zu fegen. Geben Sie unseren Unternehmen die Chance, Technologieführer zu sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn Deutschland hat das Zeug, an der Spitze einer grünen Wirtschaft zu stehen. Und ein Stück weit ist das ja an diesem Wochenende schon gelungen. Wir Grüne haben im Vermittlungsausschuss geschafft, dass der CO2-Preis langsam den richtigen Weg einschlägt. Auch wenn er damit noch lange nicht am Ziel ist. Aber es ist ja damit wohl klar, dass die Welt nicht untergeht, weil die Tonne CO2 jetzt 25 Euro statt 10 Euro kostet. Nein, sie wird mit uns Grün sogar ein Stück gerechter. Denn der Strom wird deutlich günstiger, und zwar für alle. Und gleichzeitig belohnen wir klimafreundliches Verhalten. Das ist faire Umverteilung, das ist Lenkungswirkung, das ist sozial und ökologisch gerecht. Damit ist aus diesem schlechten Klimapaket noch kein Gutes geworden. Wir haben noch sehr, sehr viel vor. Davon können Sie ausgehen. Wir haben noch viel im Köcher. Aber dieses Signal war enorm wichtig angesichts des bitteren Ergebnisses von Madrid. Und es zeigt, der Druck von der Straße wirkt. Es zeigt, es ist weitaus mehr möglich, als wir hier bisher hatten. Wir sammeln unsere Kräfte und kehren voller Tatendrang zurück für das Klimajahr 2020. Vielen Dank. Das sagt Lisa Badum von den Grünen. Übrigens, falls Sie die zuständige Ministerin Svenja Schulze in dieser Debatte vermissen, die Wahl zurzeit in Brüssel. Dort findet eine Konferenz der Umweltminister statt. Nächster Redner ist Matthias Miersch von der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Badum, es ist sicherlich nicht so, dass von einem CO2-Preis die Welt untergeht. Aber ich will schon sagen, das, was an Forderungen da war, auch durch den Grünen Parteitag beispielsweise von 60 Euro Einstiegspreis, hat das Potenzial, diese Gesellschaft zu sprengen. Und insofern bin ich froh, dass Sie zur Vernunft gekommen sind und wir bei 25 Euro Einstiegspreis gelandet sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und an die FDP, wer meint, über einen Preis eine Lenkungswirkung zu erzielen, der will Menschen... Herr Präsident, Sie mischen sich jetzt ein. Wollen wir miteinander diskutieren? Dann können wir das tun. Alles klar, okay. Wer meint, aber ich nehme den Präsidenten jetzt gleich in Mithaftung, weil er gesagt hat, was denn sonst? Das zeigt eben die Unterschiede. Wer meint, über einen Preis Menschen zwingen zu können zu mehr Klimaschutz, der nimmt in Kauf, dass die, die viel haben, das mag ihr Klientel sein, sich jede Umweltverschmutzung leisten können, aber weite Teile der Bevölkerung es eben nicht leisten können. Das ist unsozial, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, um da gleich weiter anzuschließen, wir haben ja, um am Ende des Jahres mal Bilanz zu ziehen, wir haben ja eine Blaupause. Das hatten Sie ja versucht, die FDP, die Grünen mit der CDU, CSU. Wo waren Sie denn in den Jamaika-Verhandlungen? Heute, am Ende des Jahres können wir sagen, ein Klimaschutzgesetz ist in trockenen Tüchern. Erstmals ist Klimaschutz verbindlich. Erstmal werden Ministerien gezwungen. Das gab es nicht bei Jamaika. Wir haben es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ein Maßnahmenpaket vereinbart, dank des Bundesfinanzministers Milliarden in den ÖPNV, Milliarden in die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Nichts davon war bei Jamaika zu lesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben einen CO2-Preis, ja, in der Tat, der Signalwirkung setzt, der auch Anreize setzt, aber der hoffentlich auch über Jahre jetzt Planungssicherheit gibt. Und deswegen ist mein Appell schon an alle, die an diesem Kompromiss beteiligt gewesen sind, einschließlich der Grünen, dass dieses jetzt eine belastbare Grundlage für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Unternehmen in Deutschland ist. Das ist elementar, Planungssicherheit hier wirklich für diese Gesellschaft herzustellen, wenn es um Bepreisung geht, weil es auch darum geht, sich in den nächsten Jahren auf etwas einstellen zu können. Und da bin ich bei einem sehr entscheidenden Punkt. Wer meint, und manchmal sind ja diese Debatten so, als ob der CO2-Preis so ein Fetisch ist, mit dem Hebel lege ich um und dann haben wir Klimaschutz. Nein, vor uns liegen 30 Jahre großer Transformationsprozess. Und deswegen will ich schon sagen, wenn wir hier eine Aktuelle Stunde dieses Deutschen Bundestages, dieses Parlaments machen, dann finde ich es mehr als bedenklich, dass zwei Schlüsselressorts, die in den nächsten Wochen und Monaten sehr gefordert sind, hier heute fehlen. Es ist nicht akzeptabel, dass das Wirtschaftsministerium und das Bundesverkehrsministerium heute durch Abwesenheit glänzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sage ich, wir sind ein bisschen auf dem Weg. Ich sage sogar, wir haben ganz schön viel geschafft. Aber es liegt noch einiges vor uns und zwei Punkte will ich hier hervorheben. Der erste Punkt ist, dass wir, wenn wir nicht weiterkommen beim Ausbau von erneuerbaren Energien, uns alles an die Backe schmieren können, was wir hier machen, dann geht eben nicht der Umstieg. Deswegen, Peter Altmaier, bitte jetzt liefern. Es müssen 65 Prozent Erneuerbare im Jahre 2030 gewährleistet sein. Das erwarten wir. Und zwar bis März 2020. Und das Gleiche gilt, dass wir den gesellschaftspolitischen Konsens, den wir haben durch die Kohlekommission, dass wir den nun auch im ersten Vierteljahr tatsächlich in Gesetze gießen. Insofern die zweite große Aufgabe für diesen Bundeswirtschaftsminister. Auch hier muss jetzt geliefert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein großer Strich unter diesen Ausführungen. Ich glaube, dass Madrid gezeigt hat, wie schwer es ist, ja, Herr Köhler, wie schwer es ist, sich auf gemeinsame Nenner zu verständigen, wenn man politisch ganz unterschiedlicher Meinung ist. Umso wertvoller ist es, dass es uns heute gelungen ist, zumindest mit einem Teil der Opposition zusammen, die Regierungsverantwortung über den Bundesrat übernommen haben, ein wichtiges Paket auf den Weg zu bringen. Aber es ist mindestens genauso wichtig, die nächsten Schritte jetzt anzugehen. Insofern freue ich mich auf die Debatten im Jahre 2020 und wünsche ein frohes Weihnachtsfest. Und diese Debatten werden sicher nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Länderparlamenten, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo es um den Braunkohleausstieg gegen wird, also eben auch in diesen Länderparlamenten geführt werden. Nächster Redner ist Carsten Hilse von der AfD-Fraktion, Sprecher für Umwelt. Es passt natürlich bildlich heute, bildlich gesprochen, wie die Faust aufs Auge. Diese Klimageschichte hat alle Ingredienzien, alle Kennzeichen einer Glaubensbewegung. Da gibt es die gläubigen Massen, die ihre Kirchentage abhalten. Da gibt es Helden, wie die kleine Greta aus Schweden. Da gibt es die Geistlichen, wie Herrn Schellenhuber und andere Wissenschaftler oder mehr oder weniger Wissenschaftler, die die Rolle der Priester übernehmen. Da gibt es die Ketzer, die Heretiker. Zitat Ende. Als Umweltpolitischer Sprecher der AfD-Bundesfraktion bin ich für Sie und für viele gläubige Journalisten der Oberketzer, weil ich einfach nicht an Ihren Unfug glauben will, sondern Beweise für ihre abstruse Theorie einfordere, die sie aber trotz jahrzehntelanger und milliardenschwerer Forschung nicht vorlegen können. Stattdessen sollen sich die Menschen mit abenteuerlichen Vorhersagen zufriedengeben, obwohl der Weltklimarat selbst zugibt, dass es sich beim Klima um ein gekoppeltes, chaotisches, nicht lineares System handelt und deswegen Vorhersagen zu zukünftigen Klimazuständen nicht, nicht möglich sind. Und trotzdem veranstalten die Gläubigen regelmäßig ihre Kirchentage, auf denen ihre Priester wieder besseren Wissens den Menschen Angst vor dem vermeintlich bevorstehenden Weltuntergang machen, ihnen die Schuld daran geben und von ihnen Bußfertigkeit und Ablass für ihre Sünden fordern. Als Oberketzer der AfD hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, an diesem Kirchentag teilzunehmen und ich durfte alles, wovon Hendrik M. Bruder sprach, live miterleben. Tausende Gläubige, die zum allergrößten Teil schon durch ihre Reise zum Kirchentag sündigten, weil sie viel mehr vom Teufelszeug CO2 emittierten, als wenn sie zu Hause geblieben wären. Die Heldin Greta und viele andere kleine Heldinnen von Nord-Jokieschen Freide, Klimaschutzjugend, Naturschutzjugend, Kämpferinnen, ein bisschen weniger Alkohol in der Mittagsvorsam, funktioniert es von Essen. Für Gendergerichtigkeit, beim Klima und so weiter und so fort. Und ich lernte auch die mehr oder weniger Wissenschaftler kennen, die sich erstaunlicherweise gar nicht über Wissenschaft unterhalten wollten, sondern harsch von mir forderten, die wissenschaftliche Diskussion doch jetzt endlich zu lassen und mich stattdessen für den... Was ist denn los? Herr Kollege Hirnse, Sie brauchen sich nicht wundern, diese Art von Diskreditierung der Kollegen ist nicht okay. Doch jetzt endlich zu lassen und mich stattdessen für den Klimaschutz das goldene Kalb der Neuzeit einzusetzen. Der einzige Lichtblick an diesen Kirchentag war das Treffen mit einer Delegation aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die diesem Glauben eher skeptisch gegenüberstehen. Eine diplomatische Dunkelflaute legten allerdings die Abgeordneten der Altparteien hin, als sie gegenüber den Amerikanern ihre Hoffnung zum Ausdruck brachten, dass diese nach der nächsten Präsidentschaftswahl wieder zum Glauben zurückkehren, also der Pariser Übereinkunft, wieder beitreten würden. Sie brachten damit nichts anderes zum Ausdruck, der Präsident unserer Gastgeber möge gefälligst nicht wiedergewählt werden. Ein peinlicher Fauxpas. Ich teilte den Amerikanern mit, dass wir die einzige Partei im Deutschen Bundestag sind, die die Wahl von Trump wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, die Entscheidung des amerikanischen Volkes vollumfänglich akzeptieren und auch aus dem Pariser Übereinkommen aussteigen wollen. Irgendwie war der Kirchentag in diesem Jahr ein Debakel für die Gläubigen, weil die Weltgemeinschaft sich einfach weniger weigerte, sich noch mehr zu geiseln. Sozialistische Knebelforderungen und Gendergerechtigkeit fanden keinen Eingang in die Texte und auch sonst hatten die meisten Staaten keine Lust, sich überhaupt zu irgendetwas Konkretem zu verpflichten. Dabei hatte man sich alles so schön vorgestellt. Mit einem erfolgreichen Kirchentag hätte man den Menschen viel besser die weiteren Ausplünderungen, die man sich für sie ausgedacht hat, verkaufen können. Ab 2020 mindestens 1.000 Euro und ab 2025 mindestens 2.000 Euro höhere Lebenshaltungskosten pro Familie, pro Jahr für die Weltenrettung. Da man aber nicht mit einem weiteren, noch stärkeren Glaubensbekenntnis der Weltgemeinschaft aufwarten konnte, jubeln die Menschen den Ausplünderern jetzt ausstaunlicherweise doch nicht zu. Manche erzählen sogar davon, dass sie sich vorsorglich eine zusätzliche Gelbweste zugelegt hätten. Ich bin sehr gespannt und hoffnungsfroh, dass Ihnen Ihre Lügengeschichten, wie auch in anderen Ländern, alsbald um die Ohren fliegen. Dann werden in diesem Bundestag vielleicht auch wieder Debatten auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse geführt, und zwar zum Wohle des deutschen Volkes. Ich schließe mit einem weiteren Zitat von Hendrik Broder. Die Klimageschichte ist eine neue globale Kirche. Sie alle, wie Sie hier sitzen, lassen es zu, dass diese Klimasekte diesen Bundestag als Tempel ihrer neuen Religion missbraucht. Irgendwann, so Hendrik Broder, setzt sich Vernunft durch. Manchmal dauert es etwas länger, aber irgendwann setzt sie sich durch. Trotz aller Meinungsunterschiede wünsche ich allen ein friedliches und gesegnetes Weihnachten. Das war also Carsten Hilse, umweltpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Ob er damit den Bemühungen der Weltgemeinschaft gerecht wird, wage ich allerdings zu bezweifeln. Andreas Jung von der CDU-CSU-Fraktion. ... die in Paris getroffen wurde, weiterzubringen, umzusetzen. Was ist unser Beitrag? Unser Beitrag in Deutschland ist, unsere Verpflichtungen, die wir in Paris eingegangen sind, beherzt umzusetzen und konsequent unsere Klimaziele zu erreichen. Und genau dem dient das Klimapaket, das wir jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Die Teile sind beschrieben. Das Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen. Klimaschutz wird dadurch gesetzt. Wir kommen damit einen entscheidenden Schritt weiter. Die CO2-Bepreisung mit einem marktwirtschaftlichen Ansatz, mit marktwirtschaftlichen Anreizen. Und dann als ganz wichtige Säule das Paket mit Unterstützung, mit Förderung, wo Klimaschutz konkret wird, wo wir aufzeigen, wie es gehen kann, und wo wir die Frage der Bürger, wie kann ich es machen, was kann ich tun, mit ganz konkreter Hilfe, Unterstützung, Förderung beantworten. Und die gute Nachricht der Abstimmung von vorher und dann hoffentlich der Abstimmung von morgen im Bundesrat ist, es kann mit dem 1. Januar losgehen mit billigeren Bahntickets. Und damit setzen wir ja auf, auf ein ganzes Paket, das wir schon auf den Weg gebracht haben, zur Förderung der Schiene mit einem Milliardenprogramm für die Infrastruktur, mit mehr Mitteln für Regionalzüge, mit einer besseren Förderung des ÖPNV. Und damit wird durch Infrastruktur, durch Innovation und durch bessere Angebote das klare Signal gegeben, wir stärken die Schiene, es lohnt sich, hier umzusteigen. Zweitens haben wir ein Programm bereits auf den Weg gebracht gehabt, um nachhaltige Mobilität auch mit dem Auto zu fördern, mit dem wir in Forschung und Entwicklung Ökologie und Auto zusammenbringen, indem wir Prämien denen bezahlen, die sich für ein emissionsarmes Auto entscheiden, indem wir ihnen Steuervorteile gewähren. Und zu diesem Paket kommt jetzt eine Pendlerpauschale, die erhöht wird, in einer zweiten Stufe jetzt noch mehr erhöht wird. Und damit bringen wir nachhaltige Mobilität und Akzeptanz in Stadt und Land zusammen. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, ein zweites wichtiges Ergebnis aus diesem Paket, das wir jetzt im Vermittlungsausschuss geschnürt haben. Und ich will in besonderer Weise auch werben für das, was wir im Bereich Gebäude und Heizung tun. Seit wie lange ringen wir im Bundestag, im Bundesrat, in der Gesellschaft um eine bessere Förderung derjenigen, derjenigen, die ihre Häuser sanieren wollen, derjenigen, die ihre Heizung austauschen wollen, da müssen wir besser, schneller werden, wir müssen hier besser vorankommen. Und jetzt endlich bringen wir eine steuerliche Förderung auf den Weg, die unbürokratisch ist, die auch demjenigen zugute kommt, der Schritt für Schritt vorangeht, Dach, Fassade, Heizung, das eine nach dem anderen angeht. Und da haben wir ein gutes Modell, das jetzt nicht, wie es manche wollten, belastet wird durch zusätzliche Anforderungen davor und danach und Standards, sondern die Botschaft ist, es geht jetzt los zum 1. Januar mit der Gebäudesanierung, mit dem Heizungsaustausch, mit günstigeren Bahntickets und damit ein starkes Programm, um Klimaschutz tatsächlich auf die Schiene zu bringen, um Klimaschutz in die Häuser zu bringen. Und das ist unsere Philosophie, Klimaschutz mit den Menschen voranbringen. Und ich glaube, darauf können wir aufbauen. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, im nächsten Jahr sehr konsequent an der Umsetzung zu arbeiten, sehr konsequent auch zu kontrollieren, ständig zu evaluieren, ob das, was wir machen, die gewünschten Effekte bringt, ob die Ziele erreicht werden. Und damit will ich zum Ende dieses Jahres feststellen, wir haben am Anfang des Jahres gesagt, wir müssen besser werden, wir müssen die Ziele erreichen. Es darf nicht mehr passieren, dass eine Lücke entsteht. Und wir werden dafür ein starkes Programm, ein Klimaschutzgesetz und Klimaschutzpaket in diesem Jahr machen. Heute können wir sagen, das ist erreicht worden. Darauf können wir aufbauen und darüber können wir uns gemeinsam freuen. Herzlichen Dank. Das war Andreas Jung, CDU, CSU-Fraktion. Und jetzt folgt als nächste Rednerin Saskia Esken, neue Vorsitzende der SPD. Wir sind ganz gespannt auf ihre Akzente in Sachen Klimapolitik. Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, als frisch gewählte Vorsitzende der SPD habe ich mich tatsächlich gefragt, was hätte Willy Brandt zum Klimaschutz gesagt? Willy Brandt hätte gesagt, da bin ich mir sicher, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diesen Planeten für unsere Kinder und für die Kinder dieser Welt bewohnbar zu erhalten. Willy Brandt hätte gesagt, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gegenüber der jungen Generation, künftigen Generationen, aber auch Gerechtigkeit gegenüber den Menschen im globalen Süden. Und Willy Brandt hätte aber auch gesagt, unser Klimaschutz darf keiner sein, den man sich nicht leisten kann. Und deshalb darf man auf die Sozialdemokratie zählen, wenn es darum geht, dass auch beim Klimaschutz die starken Schultern mehr tragen. Hören Sie ruhig mal zu. Und dass es denen, die Unterstützung brauchen, dass denen auch geholfen wird. Beim Klimagipfel in Paris haben wir verabredet, wir wollen, wir müssen die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen. Wir haben diese Verabredung alle zusammen nicht wirklich richtig ernst genommen. Das muss man in aller Ehrlichkeit so benennen. Und jetzt das Notwendige und Richtige tun, und das hat diese Regierung auch angegangen. Deshalb ist der Gipfel in Madrid, wird diesen Notwendigkeiten nicht wirklich gerecht. Ignorante revisionistische Kräfte in aller Welt haben da ihren Einfluss gewonnen. Auch auf ihrer Seite ist das der Fall. Die Europäische Union war diejenige, die in Aufweichen des Pariser Klimaabkommens gerade so verhindern konnte. Das Schlimmste zu verhindern, kann ja wohl nicht unser Anspruch sein. Wir müssen deshalb in Europa und Deutschland vorangehen. Es ist gut, dass die EU sich vergangene Woche zu mehr Klimaschutz verpflichtet hat. Und auch mit Blick auf die kommende EU-Ratspräsidentschaft muss Deutschland jetzt auch mit dem eigenen Handeln Vorreiter sein. Und deswegen sind die Einigungen im Vermittlungsausschuss durchaus zu begrüßen. Der höhere Einstieg, der steilere Pfad für den CO2-Preis steht für unsere Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das kann helfen, dass wir die Klimaschutzziele 2030 besser erreichen. Die Hauptverantwortung für den Klimaschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Hauptverantwortung darf aber nicht bei denen abliegen, die heute schon jeden Cent umdrehen müssen. Es muss ganz klar sein, der ökologische Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft gelingt uns nur, wenn wir alle mitnehmen und wenn niemand überfordert wird. Und wir werden uns deshalb auch weiterhin für eine Klimaprämie einsetzen, die jedem Bürger und jeder Bürgerin pro Kopf gleichermaßen zugutekommt. Aber jetzt ist die Absenkung der EEG-Umlage sowie eine höhere Pendlerpauschale, die höhere Mobilitätsprämie auch, sind wichtige Bauscheine für genau dieses Anliegen des sozialen Ausgleichs. Und deshalb gilt mein besonderer Dank, mein besonderer Dank gilt der Verhandlungsführung von Manuela Schwesig und von Olaf Scholz, die sich sowohl für mehr Klimaschutz als auch für einen sozialen Ausgleich eingesetzt haben. Mir ist es aber wichtig, beim Ausgleich der Mobilitätskosten weiterzudenken. Ich will mich dafür einsetzen, dass insbesondere Fahrten im Schülerverkehr, ebenso wie für Azubis und für Studierende, kostenlos werden. Das kommt nämlich Familien im ländlichen Raum zugute. Das wäre eine Idee, die wir weiter zu verfolgen haben. Damit auch außerhalb des Schülerverkehrs überhaupt Alternativen zum Individualverkehr entstehen, müssen wir aber massiv zusätzlich investieren. Darüber sind wir uns durchaus im Klaren, langfristig, verlässlich und deshalb auch unabhängig von der Kassenlage. Es ist mir deswegen besonders wichtig, darauf hinzuweisen, das Klimaschutzgesetz ist gerade im Maßnahmenteil kein abgeschlossenes Kapitel. Schon Anfang nächstes Jahr wird wissenschaftlich überprüft, ob wir damit unsere Ziele erreichen. Und wenn nicht, müssen wir nachsteuern. Und so wird es in jedem Jahr sein. Und Matthias Miersch hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, das ist neu, das ist Verantwortliches, das ist nachhaltiges Regierungshandeln. Und da darf man sich zu Recht auch mal für loben. Was aber nun wirklich nicht geht und ganz klar sein muss, es gibt kein Zurück zur Atomkraft. Die Entscheidung für den rot-grünen Atomausstieg 2002, die war von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen. Und dennoch wurde er aufgekündigt. Es hat den Reaktorunfall von Fukushima gebraucht, um Schwarz-Gelb davon zu überzeugen, dass der Ausstieg aus dem Ausstieg falsch war. Und ich bin froh, dass diese Einsicht gewachsen ist. Und wir tun gut daran, da jetzt auch wirklich dran festzuhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Weihnachten steht vor der Tür. Eltern, Großeltern, Kinder kommen zusammen, auch bei mir zu Hause. Und ich freue mich sehr drauf. Wenn ich an die engagierten jungen Leute von Fridays for Future denke, dann denke ich, nicht wir Älteren werden diejenigen sein, die Debatten am Weihnachtsbaum und am Weihnachtsessen bestimmen. Und ich finde, das ist auch gut so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war also Saskia Esken, neue Vorsitzende der SPD, mit der Rede zur Klimakonferenz in Madrid. So richtig Begeisterung über das Klimapaket kam da nicht auf. Immerhin hat sie es gelobt. Nun folgt Anja Weisgerber von der CDU-CSU-Fraktion. Der Bundestag und morgen der Bundesrat. Wir bringen wichtige Anreize für mehr Klimaschutz auf den Weg. Deutschland ist und bleibt mit dem Klimapaket auf dem richtigen Kurs. Wir nehmen das Heft des Handelns in die Hand und sind in Europa und auch international Vorreiter. Europa setzt mit dem Green Deal weltweit Maßstäbe. Und auch die Entscheidung des Rates zur Klimaneutralität hat Aufsehen für Aufsehen gesorgt und ist in Madrid positiv aufgenommen worden. Europa und Deutschland gehen mit gutem Beispiel voran. Und das erhöht auch den Druck auf die anderen Vertragsstaaten des Pariser Abkommens. Denn sie haben sich in Paris verbindliche Klimaziele gegeben. Und bei denen bleibt es auch. Manchmal entsteht ja der Eindruck, das wurde jetzt alles in Madrid zurückgenommen. Nein, nein, alle Staaten der Welt haben sich verbindliche Klimaziele gegeben. Und es geht jetzt darum, ob sie und wie sie diese Ambitionen noch steigern. Das ist für Glasgow geplant. Und wenn wir in Deutschland und in Europa weiterhin so auf Kurs bleiben, dann erhöhen wir auch den Druck auf die anderen Vertragsstaaten. Im Hinblick auf die Ambitionssteigerungen, die wir in Deutschland und in Europa uns vorgenommen haben, wäre es aber auch in Madrid wichtig gewesen, dass klare Regeln zur Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten beschlossen worden wären. Wir haben diesen Beschluss vorbereitet. Und ich bin zuversichtlich und hoffnungsfroh, dass es dann in Glasgow gelingt, dies auch zu beschließen, diesen Artikel 6. Worum geht es? Das ist ein zwischenstaatlicher Handel mit Zertifikaten, der es Industriestaaten ermöglicht, in Entwicklungs- und Schwellenländer in Klimaschutzprojekte zu investieren und dafür Emissionszertifikate zu bekommen. Und sehr geehrter Herr Minister Scholz, es ist dann wichtig, dass diese Investitionen auch bei uns auf unsere Klimaziele angerechnet werden. Das hatten Sie vorhin nicht erwähnt. Dafür setzen wir uns nämlich sehr stark ein, weil es Sinn macht, dass wir eben auch dazu beitragen, dass in Entwicklungs- und Schwellenländern die Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufgebaut wird. Denn wir allein können das Klima nämlich nicht ritten, meine Damen und Herren. Werte Kolleginnen und Kollegen, zurück zur nationalen Ebene. Die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss haben gezeigt, dass Deutschland beim Klimaschutz handlungsfähig ist. Mit dem Klimapaket bringen wir über 60 Maßnahmen, die für Technologie und Fortschritt stehen, auf dem Weg. Ich bin froh und glücklich, dass es gelungen ist, dass die Menschen ab dem 1. Januar 2020 jetzt günstiger Bahn fahren und dass sie endlich Steuern sparen können, wenn sie ihr Haus energetisch sanieren. Und dass wir hier auch die parteiübergreifenden, ja, die Zusammenarbeit auch gelungen ist. Und dass wir diesen Beschluss jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass diese steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung kommt. Und ich bin glücklich und froh, dass es gelungen ist, meine Damen und Herren. Denn mit solchen Anreizen, mit solchen finanziellen Anreizen, unterstützen wir auch die Bürger dabei, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen. Besonders hervorzuheben ist für mich auch das Thema Wasserstoff und Power to X und auch die synthetischen Kraftstoffe. Denn diesen Technologien kommt große Bedeutung bei der Erreichung unserer Klimaziele zu. Ich freue mich, dass das Verkehrsministerium jetzt 16 Regionen in Deutschland beim Aufbau einer lokalen Wasserstoffwirtschaft fördert. Und ich freue mich auch auf die nationale Wasserstoffstrategie, die ja auch Teil des großen Klimaschutzpakets ist, die vom Wirtschaftsministerium bald vorgelegt wird. Neben den Maßnahmen für Innovation und Fortschritt ist auch Teil, ein wichtiges Kernstück des Pakets, das Klimaschutzgesetz, mit dem wir eben dafür sorgen, dass alle Sektoren auf Kurs bleiben und mit dem wir auch einen Kontrollmechanismus installiert haben, das immer nachgesteuert wird und auch wirklich dann innerhalb von wenigen Monaten Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, damit wir in allen Bereichen auf Kurs sind. Wir wollen die Klimaziele unter Beachtung auch der ökonomischen, der ökologischen und sozialen Folgen erreichen. Die Grüne fordern ja immer noch gerne das Verbot des Verbrennungsmotors und auch das Verbot der Ölheizung. Wir setzen im Gegensatz dazu auf Fördermaßnahmen und wir setzen auf die Bepreisung, auf die CO2-Bepreisung. Und wir haben den Einstiegspreis im Vergleich zu dem, was die Grünen und auch die Wissenschaft gefordert hat, immer noch moderat gewählt, wenn er jetzt auch ein bisschen höher ist am Anfang. Aber wir setzen dagegen die Entlastung der Menschen beim Strompreis, durch die Senkung der EEG-Umlage und auch durch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Und es ist ein Märchen zu glauben, dass die Pendlerpauschale von uns nur für die Besserverdiener auf den Weg gebracht wurde. Wir haben auch die Mobilitätsprämie als Teil des Paketes verabschiedet, die auch an die gerichtet ist, die keine Steuern bezahlen. Meine Damen und Herren, wir haben ein gutes Gesamtpaket, das wir hiermit auf den Weg bringen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, dass wir parteiübergreifend einen gemeinsamen Kompromiss auch geschlossen haben. Das erwartet nämlich auch die junge Generation von uns. Und jetzt freue ich mich, wenn wir dieses Paket auch nach außen gemeinsam tragen, zusammen mit den Grünen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich erteile das Wort der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarz-Lühr-Sutter. Und sie ist aus dem Umweltministerium. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Die COP hat ja schon ein paar mit Schwierigkeiten angefangen, nämlich die Verlegung von Chile nach Madrid. Aber die Spanier haben das gut gemeistert, innerhalb von kürzester Zeit das hervorragend organisiert. Die Erwartungen waren groß, vor allem die von jungen Leuten. Und auch wir hatten natürlich Erwartungen. Und einige wurden nicht erfüllt. Wir hätten uns mehr Fortschritte erhofft. Aber man muss schon auch sagen, dass es Punkte gibt, wo wir besser werden müssen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir bis zur nächsten Klimakonferenz in Glasgow auch besser werden und weiterkommen. Und das betrifft insbesondere den Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens, nämlich die Frage der Kooperation. Meine Kollegin Weisgerber hat es ja schon mal gut erklärt jetzt, wie das funktioniert. Ich will aber noch mal da betonen, es geht schon darum, dass wir die Regeln jetzt so auch ausbuchstabieren und auch klar machen, dass die Staaten die CO2 einsparen, wo sie landen, wo sie verbucht werden. Und dass es keine Doppelzählungen gibt. Am Ende des Tages wollen wir ja unsere Klimaschutzziele von Paris auch erreichen. Und das ist wichtig. Und darum war es auch so, dass wir gesagt haben, lieber keine Einigung in diesem Bereich als eine schlechte Einigung. Und deswegen sind wir daran dabei, dass wir uns einig sind. Für diese Linie werden wir auch in Glasgow ganz deutlich stehen und eintreten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sind wir in Madrid nicht in allen Punkten weitergekommen, aber die Fahrt in die richtige Richtung haben wir aufgenommen. Denn in der politischen Schlussentscheidung auf der Klimakonferenz haben sich alle Staaten des Pariser Klimaabkommens auf etwas wirklich Entscheidendes auch nämlich geeinigt. Nämlich sie rufen auf, nächstes Jahr höhere Klimaschutzzusagen zu machen. Also mehr als angekündigt ist und auch mehr als eigentlich im Pariser Klimaabkommen steht, weil es dort erst ab 2025 losgeht. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Und das Zentrale ist vielleicht auch noch mal, es zeigt, dass wir alle Versuche des Pariser Klimaabkommens aufzuweichen, und da waren ja doch einige gut am Werk, dass wir das verhindert haben. Und dass sich auch da die Bremser und die Klimaleugner nicht durchgesetzt haben und auch nicht den Takt angegeben haben. Und ich glaube, das ist in diesen Zeiten durchaus auch ein Erfolg. Meine Damen und Herren, ein anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich, wie die Europäische Union auch in Madrid vorgegangen ist und was sie gezeigt hat und was sie auf den Tisch gelegt hat. Die letzte Woche hat der Europäische Rat beschlossen, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Das ist ein wichtiges Signal, und das war ein wichtiges Signal zur richtigen Zeit. Und mit dem European Green Deal liegt ein umfassendes Paket für Umwelt- und Klimaschutz auf dem Tisch. Und damit können wir in der EU die Weichen für Klimaneutralität 2050 auch stellen. Wir als Bundesumweltministerium unterstützen diese Vorschläge. Und ich kann nur sagen, für diese Weichenstellung der EU gab es dann auch in Madrid viel Anerkennung. Mit dem European Green Deal ist auch die feste Erwartung an andere große Volkswirtschaften, und da sind ja durchaus andere auch angesprochen worden, ich sage auch mal, auch China, ebenfalls ihre Anstrengungen zu erhöhen. Und das hat auch den Verhandlungen in Madrid einen guten Schwung, ein gutes Momentum mitgegeben. Die Glaubwürdigkeit der EU-Klimaschutz anstrengend war aber auch in vielen Gesprächen mit anderen Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens spürbar. Und dieser Austausch wird in Zukunft ein wichtiger Bestandteil bei den Klimakonferenzen sein, weil wir müssen von dem reinen Verhandlungsmodus jetzt in einen Umsetzungsmodus kommen. Wir müssen die Zeit, die läuft uns sonst davon, wir müssen das jetzt tatsächlich umsetzen. Und das entspricht auch dem Geist des Pariser Abkommens. Wir lernen voneinander, wir unterstützen einander, gegenseitig beim Klimaschutz. Und genau das macht auch die Bundesregierung ganz konkret, indem sie ihre Partner beim Klimaschutz unterstützt. Und nur um einige Beispiele zu nennen. Wir haben den deutschen Beitrag beim Grünen Klimafonds, beim Green Climate Fund, verdoppelt auf 1,5 Milliarden Euro. Das wurde auch registriert. Und wir haben die Mittel für den internationalen Klimaschutz im Haushalt 2020 noch mal erhöht, kräftig erhöht. Und wir werden damit auch die Zusage einhalten, die internationale Klimafinanzierung von 2014 bis 2020 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln. Das ist eine Hausnummer, das ist ein Wort. Und wir haben da auch unsere Zusagen eingehalten. Wir sind außerdem als Bundesumweltministerium der größte Geber des internationalen Anpassungsfonds der Entwicklungsländer. Und das will ich auch noch mal sagen, auch hier haben wir noch mal einen Beitrag in Madrid eingebracht, 30 Millionen Euro in den Fonds. Und das bedeutet auch, das war ein Signal, gerade bei der Diskussion um Loss and Damages, dass wir auch das noch mal klar sehen, da müssen wir was auf den Weg bringen. Außerdem startet das Bundesumweltministerium ein internationales Power-to-X-Sekretariat. Und das Sekretariat soll dabei auch helfen, die Klimaschutzpotenziale von strombasierten Kraft- und Brennstoffen darzustellen, damit auch PTX auch international einen wichtigen Beitrag liefern kann. Und ich glaube, das sind gute Synergieeffekte, die wir gemeinsam nutzen können. Jetzt gestatten Sie mir ein Wort zur Energiewende. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, man kann es ja mal ein bisschen runden, fast 20 Jahre her, dass wir das EEG beschlossen haben und in die Energiewende eingestiegen sind. Und allen Unkenrufen zum Trotz sind wir wahrscheinlich vor allem deswegen auch in Europa so eine erfolgreiche Industrienation. Und das muss man doch einfach noch mal deutlich sagen und auch noch mal in den Vordergrund stellen. Und das motiviert auch andere Staaten, nicht nur in Europa, sondern weltweit, sich auf diesen Weg zu machen. Und ich will ja auch noch mal sagen, beim Fest der Nächstenliebe und wir gehen auf Weihnachten zu, finde ich das schon ziemlich seltsam, dass Gläubige von einem Redner heute derartig, derartig verhöhnt werden. Das ist der Sache unwürdig. Und es ist auch dem Hause hier, dem Hohen Hause unwürdig. Ich bin Christin und ich finde, ich fühle mich wirklich betroffen. Es geht nicht, es geht nicht, dass man hier in einem Hohen Haus, in einem Hohen Haus und dann auch noch mithilfe von Zitate von Hendrik M. Broder, er mag glauben, was er will, das ist mir lang wie breit, aber andere Menschen so derartig unwürdig behandelt und verhöhnt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir noch mal zu etwas Positivem. Das Negative legen wir jetzt mal hier rechts außen vor. Das Positive ist tatsächlich, dass wir gestern das Klimaschutzgesetz, oder es ging in Kraft, oder es trat in Kraft. Und jetzt haben wir Klimaschutzziele sektoral, jahresscharf und wir haben die Klimaneutralität 2050 festgelegt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas Einmaliges. Dazu kommt, dass wir uns heute einig sind, auch beim Vermittlungsausschuss-Ergebnis. Und auch das zeigt noch einmal, wir schaffen das. Und Herr Jung, ich bin auch froh, dass Sie von Ihrer Aussage, dass wir gemeinsam jetzt beim Kompromiss gelandet sind, Sie hatten ja mal 180 Euro CO2-Preise im September noch gefordert, dass wir jetzt ein Paket haben, das sozial ausgewogen ist, aber auch den Klimaschutz in die richtige Richtung vorantreibt. Und es ist uns auch wichtig, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam im 21. Jahrhundert zukunftsfähig aufstellen. Wir müssen den Umbau so gestalten, dass wir alle mitnehmen und unsere industrielle Basis und unseren Wohlstand erhalten. Wir wollen die Zukunft der Mobilität jetzt anpacken. Wir wollen Wohnen bezahlbar und treibhausgasneutral ausgestalten. Und wir unterstützen dabei Städte und Gemeinden. Und damit die Folgen des Klimawandels für sie beherrschbar bleiben. Und schließlich müssen wir auf allen Ebenen die Energiewende vorantreiben. Und da gilt es tatsächlich, so schnell wie möglich das Kohleausstiegsgesetz auf den Weg zu bringen, das Strukturstärkungsgesetz und vor allem natürlich auch die erneuerbaren Energien zu ermöglichen, dass wir das 65-Prozent-Ziel auch tatsächlich erreichen. Zu Atomkraft sage ich nur ein Wort. Wenn wir hier über Generationen reden und über Verantwortung, dann mag man ja vielleicht auch mal bis zum Ende denken. Und dann möchte ich auch noch mal betonen, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Atommüll? Eine Million Jahre Verantwortung, die wir den nächsten Generationen überbürden. Und das finde ich, das ist anmaßend, sich so etwas dann überhaupt noch mal zu überlegen. Klimaschutz und der Umbau unserer Gesellschaft hin zur Treibhausgasneutralität ist kein Sprint. Es ist ein Langstreckenlauf. Und es ist wichtig, dass wir klimapolitisch, gesellschaftlich hier Hand in Hand vorangehen und auch dabei nachhaltige Arbeitsplätze schaffen. Und ja, Demokratie ist anstrengend und demokratische Prozesse dauern manchmal lange und sie sind mühsam. Aber am Ende des Tages lohnen sie sich, weil sie niemanden zurücklassen. Und mir ist wichtig, dass sie insbesondere die nicht zurücklassen, die am meisten auf einen handlungsfähigen Staat auch angewiesen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich bei der deutschen Delegation, insbesondere auch bei den Abgeordneten. Und ich hoffe, dass das Fest des Friedens, und ein großer Teil macht es ja hier noch mal mit dem Klimaschutzgesetz, mit dem Klimaschutzmaßnahmenpaket und dem Vermittlungsausschuss, dass wir dann auch in dem nächsten Jahr Richtung Klimaneutralität starten können. Herzlichen Dank. Also Ziel ist, den Anteil der Erneuerbaren bis 2030 auf 65 Prozent anzuheben. Im Moment liegt er bei 46 Prozent. Nächster Redner ist Carsten Möhring von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss auch anschließen an das, was die Kollegin Schwarz-Lio Sutter eben gesagt hat, zum Thema Stichwort Kirchentag. Von der AfD hören wir ständig dieselben Reden. Von Argumenten kann man nicht reden. Dieselben Reden, dieselben Aussagen. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das, was wir vielfach von vielen Wissenschaftlern als Beweise zum Thema Klimawandel vorliegen haben, nicht akzeptieren, dann würde ich Sie schlicht daran erinnern, machen Sie mal Ihre Augen auf und gucken Sie mal, wie die Temperaturentwicklung in den letzten Jahren gewesen ist. Machen Sie Ihre Augen auf und gucken Sie mal, wie sich die Eisbedeckung in den Gletschergebieten und auf Grönland entwickelt. Und dann schauen Sie mal dahin und sagen, und wenn Sie nichts über die Gründe wissen wollen, dann befassen Sie sich mal wenigstens mit dem, was man sehen kann. Und dann sind Sie auch nicht mehr in der Lage, dann müssen Sie auch nicht mehr auf Glaubenssätze zurückgehen. Mit dieser Art schließen Sie sich aus einer normalen Diskussion aus. Sie demonstrieren schlichtweg Ihre Ignoranz dabei. Und wenn ich dann so Elogen höre, die Sie hier abgeliefert haben heute, man kann sich auch besoffen reden. Und dann frage ich mich manchmal, ob die Farbe Blau, die Sie sich als Symbol gewählt haben, vielleicht auch noch eine andere Bedeutung hat. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Madrid. Madrid ist durchaus erfolgreich, nicht in allen Bereichen. Madrid ist erfolgreich, weil sie alleine demonstriert, dass über 190 Länder der Welt in dieselbe Richtung marschieren und mit vergleichbarem Tempo und mit vergleichbaren Vorstellungen über die Frage, wie man Regeln greifen kann, wie man Regeln entwickeln kann, um dem Klimawandel zu widerstehen. Und wir wissen, dass wir in der aktuellen Situation, so wie wir jetzt dastehen, nicht genug gemacht haben, sondern dass wir eher auf dem Weg zu einem 3-Grad-Ziel sind. Und es ist auch erfreulich, was mich besonders überrascht hat. Die Amerikaner waren nur mit einer Delegation in einem Büro da. Das war von allen Seiten zu, da kann man auch nicht rein. Aber es gab einen großen Stand von Bundesstaaten, von Städten, von Universitäten, von Nichtregierungsorganisationen, die mit einem Motto auf dieser Konferenz vertreten waren. Und dieses Motto hieß, we are still in. Wir sind dabei. Denn es ist nur das halbe Amerika, was sich aus der Klimawandelpolitik, aus der Geschichte heraus halten will. Die andere Hälfte bleibt dabei. Und ob mit oder ohne der nächsten Präsidentenwahl, langfristig, und wir reden über drei Jahrzehnte bis zu einem Ziel, das wir erreichen wollen, langfristig wird sich auch in den USA wieder etwas tun. Und ich bin sicher, auch in den anderen Staaten, die sich jetzt so massiv gegen neue Entwicklungen richten. Eines der Leitsätze in Madrid hieß, just transition. Ich übersetze das mit gerechte Transformation. Und zu dem Thema gerechte Transformation gehört in der Tat zu schauen, welche Folgen hat das, was wir an Maßnahmen ergreifen. Zu den Maßnahmen gehören Dinge, die wir auf der Madrider Konferenz verhandelt haben. Ich will das nicht wiederholen. Da geht es um diesen Artikel 6, der sicher sehr wichtig ist, und andere Dinge mehr. Und es geht darum, dass wir bei der Frage der ambitionierteren Klimaziele, die wir innerhalb der EU jetzt während der Madrider Konferenz auf den Weg gebracht haben, auch mit der Überschrift just transition arbeiten. Es geht nicht nur darum, dass wir die Ziele erhöhen. Es geht nicht nur darum, dass wir Einstiegspreise für CO2 erhöhen. Lieber Kollege Miersch, nur eine Bemerkung. Der Leitsatz bei marktwirtschaftlichen Instrumenten wie Preiswirkung als Lenkungswirkung. Wenn Sie argumentieren, die Reichen können sich das leisten und die sozial Schwächeren sollen es ausbaden. Mal logisch weitergedacht, hieße das, die sozial Schwächeren können Verschmutzung weitermachen, bloß weil die Reichen sich das kaufen können und das nicht machen müssen. Haben Sie nur den Markt? Ja, es ist gut. Den Satz unterschreibe ich. Wir haben nicht nur den Markt. Und wenn wir unser Maßnahmenbündel angucken, dann haben wir eben sehr viele verschiedene. Aber ich bleibe dabei, dass die Frage des CO2-Preises in seiner Lenkungswirkung von elementarer Bedeutung ist. Und da bin ich etwas skeptisch, wenn es darum geht, dass wir die Sektoren zusammenfassen zu einem Marktpreis, weil wir wissen, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Vermeidungskosten von CO2 im Verkehr, in der Heizung und Industrie- und Energieerzeugung sich so annähern, dass man sich das erlauben kann. Sonst haben wir nämlich massive Brüche in dem System. Die sollten wir uns nicht erlauben. Das wäre alles andere als Just Transition. So, wozu es aber auch, was es aber auch braucht, ist, wir müssen mit allen Möglichkeiten arbeiten. Wir brauchen auch technologische Entwicklungen. Wir brauchen nicht nur Einschränkungen. Wir brauchen nicht nur Förderung von Elektromobilität. Wir brauchen alles. Und ich will schlichtweg sagen, wir sollen nicht vergessen, dass wir bei all dem, was wir machen, auch bei der Pendlerpauschale im ländlichen Raum noch mehr Probleme haben, was Mobilität und Heizung angeht. Wir müssen unter dem Thema gleichberechtigte oder gleichartige Lebensverhältnisse noch einiges tun. Und das müssen wir zusammen denken. Und das vielleicht über Weihnachten mit Besinnung. Vielleicht auch die Kollegen bei der AfD mit ein bisschen Besinnung. Nächster Redner ist Mario Mieruch. Er ist fraktionslos, darf drei Minuten reden, war früher Mitglied der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch nie musste eine Klimakonferenz so in die Verlängerung, wie es gerade bei COP25 der Fall war. Und noch nie wurde deutlicher, dass uns kein weiteres Land auf der Welt in unserem Weg folgen wird. Das heißt natürlich nicht, dass andere Industrieländer nichts täten und damit auch nicht erfolgreich wären. Sie packen die Dinge eben nur mit Vernunft und Ratio an, statt mit Panik. Auch der EU-Green-Deal ist eine große Luftnummer, dessen Unsinnigkeit nun damit kaschiert wird, dass den skeptischen und unwilligen Staaten gigantische Unsummen an Fördermitteln versprochen werden, damit diese beginnen, ihre Energieversorgung umzubauen. Fördermittel, die zum großen Teil Sie aufbringen werden als deutsche Steuerzahler oder die deutsche Automobilindustrie über Strafzahlungen an die EU. Denn Frau von der Leyen bringt die Billionen, mit der sie schon wedelte, bevor die Kommission überhaupt stand, nicht selber mit. Das ist Ihre Billion. Sie werden das alles bezahlen. Und zudem, jeder, der von der Leyen's politischen Werdegang kennt, wird heute schon froh sein, wenn sich die tatsächlichen Kosten am Ende nur einstellig multiplizieren. Die Akten über die Berater sind bestimmt auch wieder geschwärzt. Nachdem diese beiden Konferenzen nun eher suboptimal für die deutsche Klimalobby gelaufen sind, geht es hierzulande aber plötzlich ganz schnell. Zack ist das Klimapaket da, der CO2-Einstiegspreis verdoppelt sich und so weiter und so fort. Es ist aber auch heute schon nicht schwer, die Mehrkosten den Einsparungen bei Pendlerpauschale und Strompreis gegenüberzustellen und zu schauen, was bei Ihnen am Ende unterm Strich in der Tasche wirklich übrig bleibt. Denn die Aussagen, die Penn dazu entlasten, sind ziemlich hinterhältige Fake News. Zwei Drittel aller Arbeitnehmer haben heute nämlich weniger als 20 Kilometer Arbeitsweg und die werden richtig draufzahlen. Und da auch alle anderen Kosten beim Endkunden landen, wird jeder Haushalt am Ende mit mehreren hundert Euro zusätzlich im Jahr zur Kasse gebeten. Und weil es so schön passte, just vorhin in meinem E-Mail-Eingang mein Gasanbieter erhöht die Preise zum Jahreswechsel um 20 Prozent. Vor 20 Jahren wurde die Ökosteuer unter den gleichen Aspekten eingeführt. Das heißt, ab sofort zahlen Sie nicht nur doppelt fürs Gleiche. Nein, unser tolles Bundesumweltministerium beauftragt für seine heutigen Studien auch wieder die gleichen Amigos wie damals. Sie wundern sich? Dann hören Sie kurz gut zu. Vor 20 Jahren hieß das FÖS noch Förderverein ökologische Steuerreform. Nach der Einführung der Ökosteuer nannten die sich um im Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. So heißen die heute noch. Sie wurden just wieder mit einer Studie beauftragt, diesen CO2-Preis sozial gerecht zu gestalten. Und das Witzige ist, diese unabhängige Organisation, deren Chef ist sogar noch Angestellter im Bundesumweltministerium. Einfach klasse. Und in dessen Beirat sitzen dann Vertreter von den Grünen, auch von der Union und vom Club of Rom, der uns schon seit 50 Jahren den Weltuntergang herbeipredigt. Meine Damen und Herren auf den Tribünen, Sie haben den Eindruck, mit dem Klimapaket im großen Stil verstaukelt zu werden. Stimmt. Frohe Weihnachten. Der Kollege Lothar Binding hat als nächstes das Wort für die SPD-Fraktion. Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Deswegen, der Olaf Scholz hat heute die internationale Dimension erschlossen und gesagt, wir müssen unsere Politik da einbetten, dass es funktioniert. Der Matthias Mirsch hat die ökologische und die soziale Dimension erschlossen. Saskia Esken, da ging es um die soziale und die ökologische Dimension. Rita Schwarzenluss-Sutter hat die NDC-Ziele formuliert und hat auf Glasgow verwiesen und die Ziele, die noch zu erreichen sind. Alle Kollegen haben sich bemüht, zur Sache zu sprechen. Und vielleicht einen Satz zu Madrid, weil wir das noch nicht gehört haben. Svenja Schulze hat uns dort vertreten. Frau Wilke hat uns dort vertreten. Und Laus Mindrup hat uns dort die ganze Zeit vertreten. Und den dreien verdanken wir viele wichtige, gute Ziele, die dort erreicht wurden. Ich finde, das darf man sagen. Der Kollege von der AfD, das möchte ich vielleicht den zehn Zuhörern von der AfD sagen, hat in einer einzigen Rede die Glaubensgemeinschaften in Deutschland beleidigt und diskriminiert. Hat die jungen Leute der Klimabewegung beleidigt und diskriminiert. Ich sage das nur, weil Sie die Rede von Rita Schwarzenluss-Sutter nicht gehört haben in den letzten zehn Sekunden. Sie haben den Bundestag beleidigt und diskriminiert. Und Sie haben eine Kollegin persönlich beleidigt und diskriminiert. Und das möchte ich in aller Form von uns weisen. Es mag sein, dass Sie glauben, in den neuen Medien würde das besonders gut ankommen. Und Ihnen ist keine Beleidigung zu schade. Ich glaube, dass Sie uns alle in den Abgrund reißen, wenn Sie das so weitermachen. Erhard Eppler hat gesagt, wahrscheinlich hat man keine Zeit. Wahrscheinlich hat man keine Zeit. Aber man muss so überlegt handeln, als habe man sie doch. Das hat er vor vielen Jahren gesagt, weil damals schon die Zeit knapp war. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass die jungen Leute in Panik kommen. Die sehen, die alten machen nicht genug. Und deshalb gibt es diesen enormen Druck in der Straße. Ich bin dafür dankbar. Deshalb hat sich auch hier jetzt was bewegt in Richtung große sozial-ökologische Transformation. Und ich will vielleicht doch etwas zu CO2 sagen. Das ist ja eigentlich ein sauberes, sozusagen ein schönes, farbloses Gas. Das brauchen wir auch zum Kohlenstoffzyklus. Das wird gebraucht. Wenn jetzt jemand den Klimawandel leugnet, muss einfach nur gucken, wie viele Anteile von CO2 in der Luft vorhanden sind. Und das war eben bis zur Industrialisierung weit unter 300 ppm. Das ist heute weit über 400. Und wir wissen, das macht Treibhauseffekt und das macht globale Erwärmung. Und wenn jetzt jemand behauptet, die Polkappen schmilzen nicht ab, die Arktis, da ändert sich nichts, die Antarktis, alles beim Alten, die Meere steigen nicht, nein, es gibt auch keine heißen Sommer, es gibt keine Wirbelstürme und die Erwärmung der Permafrostgebiete gibt es auch nicht. Wer das alles leugnet und dann auch sagt, das sind dann alles Fake News, da weiß ich genau, wo der angekommen ist. Und die Lösung liegt in unserem Gesetz, die liegt nämlich in der Sonne. Und jetzt kommen wir zu diesem Gesetz, weil dieses Gesetz macht einfach die fossilen Brennstoffe teuer und macht die Sonne billig. So einfach ist das. Und jetzt ist es ganz einfach. Die reichen Leute haben damit überhaupt gar kein Problem. Die könnten sich alles leisten. Und deshalb ist das Gesetz, das Olaf Scholz vorgelegt hat, so klug, weil er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir auf der Zeitachse den Anstieg der Kosten für die fossilen Brennstoffe und die Senkung der Investitionen in die Sonne so justieren, dass es sozial verträglich ist, dass auch die Armen es sich leisten können. Wir haben auch Rentnerinnen und Rentner, an die wir denken müssen, an Leute, die eben geringe Einkommen haben, an Leute, die nur vom Mindestlohn leben müssen. Und auch die brauchen natürlich eine Unterstützung in diesem Prozess. Denn der Umstieg ist extrem teuer. Man muss sagen, das wird alle was kosten. Wir können nicht sagen, es kostet nichts, aber es kostet was. Die Frage ist nur, wer bezahlt was und wer bezahlt wie viel. Und deshalb ist dieser Pfad, zu sagen, wir heben die Pendlerpauschale an, wir führen die Mobilitätsprämie ein für die, die von der Pendlerpauschale nichts haben können, wir senken die EUG-Umlage. Das ist ein guter Einstieg, um genau diese soziale Abwiderung zu erreichen, die an der anderen Stelle durch Steigerung der Preise infolge der CO2-Bepreisung notwendig sind. Insofern ist völlig klar, das ist ein sehr ausgewogenes Konzept. Und man muss sagen, die Grünen haben an einer Stelle recht. Die Pendlerpauschale ist ja a priori böse. Weil sie die Zersiedelung, sie fördert die Zersiedelung. Die Leute werden motiviert, ins Auto zu steigen. Das Dumme ist nur, manche müssen ins Auto steigen, weil nichts da ist. Aber immerhin ist doch gelungen zu sagen, wir befristen das Gesamtsystem, schauen nach, ob es damit geheilt wird, und das haben wir bis dahin erreicht. Und das ist jetzt eine ganz kluge Sache, dass wir die Preissteigerungen bis zu einem Endpunkt entwickeln, die Entwicklung der Technologie in die solare Welt auch entwickeln. Und in diesem Verhältnis dieser beiden zueinander sehen wir, dass die sozial-ökologische Transformation sozial und ökologisch ist. Das war also der letzte Redner in der Aktuellen Stunde zur Klimakonferenz in Madrid. Aber die weiß man, dass die Shaft der Technologie in Madrid äußert. Und auch von bei der ganzen Welt die Markt ist ein kurzer G compromise mit und ökologisch ist.